Über einen Mann, der vieles war, Theatergründer, Mitbegründer der Berliner Universität und Stadtarzt in Halle. Und als einer der ersten Mediziner setzt er sich für die Behandlung von Geisteskranken ein. Johann Christian Reil ist gemeint, geboren vor 265 Jahren 1759 im ostfriesischen Raude, der Stichtag von Hartmut Schade. Preußens berühmtester Mediziner Johann Christian Reil eilt nach der Völkerschlacht nach Leipzig und ist entsetzt. Man hat unsere Verwundeten an Orte niedergelegt, die ich der Kaufmänner nicht für ihre kranken Möppel anbieten möchte. An jenen Orten liegen sie geschichtet wie Heringe in ihren Tonnen. Verwundete, die nicht aufstehen können, faulen in ihrem eigenen Unrat dahin. Ein Déjà-vu-Erlebnis für Reil. Einen solchen Umgang mit Kranken hat er schon einmal erlebt, bei Geisteskranken. Wir sperren diese unglücklichen Geschöpfe gleich Verbrechern in Tollkoben oder in feuchte Kellergeschosse der Zuchthäuser ein und lassen sie da selbst, angeschmiedet an Ketten, in ihrem eigenen Unrat verfaulen. Doch selig Kranke seien keine Kranken zweiter Klasse. Sie brauchen genauso eine ihrem Leiden entsprechende Therapie wie die körperlich Kranken, meint Reil. Es gibt nur eine Heilkunde und nur ein Objekt derselben, den Menschen im kranken Zustande. 1780 kommt der friesische Pfarrersohn Johann Christian Reil zum Medizinstudium nach Halle. Hier promoviert er gleich zweifach, zum Doktor der Medizin und der Chirurgie. Seit dem vierten Laterankonzil von 1215 zwei strikt getrennte medizinische Welten. Hier das akademische und lange Zeit nur theoretische Studium der Medizin, da die handwerkliche Wundarztausbildung in einer städtischen Zunft. Reil hält diese strikte Trennung für völlig überholt und plädiert sogar für eine dreifache Ausbildung der Ärzte. Der Arzt muss die pharmazeutische Arzneikunde in ihrem ganzen Umfang umfassen, mit der Physiologie des Körpers durchaus bekannt sein, die Krankheiten der Seele zu seinem Hauptfach gemacht haben und dabei in der Psychologie nicht unerfahren sein. Dass die Medizin auch psychische Heilmethoden umfassen müsse, ist ein bahnbrechender Gedanke. In seinen Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf Geistesterrüttungen fordert Reil eigene Lehrstühle für Geisteskrankheiten und einen Doktortitel der psychischen Medizin. Er führt den Begriff Psychiatrie überhaupt erst in die Medizin ein. In der Therapie ist er ganz Kind seiner Zeit, setzt auf eine Art Schocktherapie mit Gruselkabinetten und Gespenstertheatern, um so eine heilende Furcht auszulösen. In Halle wird Johann Christian Reil vor allem durch seine ganz praktische ärztliche Arbeit populär. Aber er gehört auch zu jenen Bürgern, die 1811 das erste Theater in Halle gründen. Als Freimaurer finanziert er den Kauf des Jägerberges. Er lässt ein Dusch, Sturz, Tropf und Qualmbad für Badekuren einrichten. 1810 wird Reil an die neu gegründete Berliner Universität berufen und zugleich verantwortlicher für die preußischen Lazarette. Für Ärzte und Wundärzte, die in der Folge Militär- und Zivilspitäler zu besorgen, darf der Zwecke dieses Lazaretts nicht übersehen werden. Als preußischer Lazarettkommissar inspiziert Johann Christian Reil nach der Völkerschlacht in Leipzig-Lazarette steckt sich mit Typhus an und stirbt im November 1813.